Am Freitagabend um 18 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem Pkw-Brand auf die Landstraße 150 unter der Autobahnbrücke der A1 zwischen Völl und Büttlicher Brück alarmiert. Nach Polizeiangaben befuhr eine Autofahrerin die besagte Straße, als sie plötzlich aus dem Motorraum eine starke Rauchentwicklung feststellte. Innerhalb kurzer Zeit ging das Auto im vorderen Bereich in Flammen auf. Die Fahrerin konnte sich in letzter Minute rechtzeitig aus ihrem Auto befreien. Unter schwerem Atemschutz begannen die Löscharbeiten an dem in Vollbrand stehenden Auto. Ein Problem war hierbei, dass das Fahrzeug ausgerechnet unter einer Autobahnbrücke zum Stillstand kam. Dichter schwarzer Rauch zog auf die darüber liegende Autobahn und sorgte für starke Sichtbehinderungen im Verkehr. Für die Lösch- und Aufräumarbeiten musste die L150 für mehr als zwei Stunden voll gesperrt werden. Es bildeten sich lange Rückstaus. Im Einsatz war der Wehrleiter der VG Schweich, die Feuerwehren aus Fell und Schweich mit vier wasserführenden Fahrzeugen und die Polizei Schweich.